Grand Asia Saarbrücken, Trierach Straße, gegenüber der Europa Galerie, in einem komplett neuen Ambiente. Alles und wirklich alles ist neu. Erleben Sie frische, leckere und gesunde Speisen. Einmal bezahlen und so lange schlemmen, wie Sie möchten. Grand Asia, seit fast 20 Jahren Qualität und Frische für die ganze Großregion. Am Wochenende ist die Küche bis 23.30 Uhr geöffnet. Probieren Sie auch unseren Mittagstisch ab 11.30 Uhr. Grand Asia Saarbrücken, Trierach Straße, gegenüber der Europa Galerie.